herzlichen willkommen zu stay forever together wir machen genau wir machen keine große begrüßung und fangen direkt an wir sind in laufe der raum 25 angekommen und wissen nicht wie viele räume noch kommen und das war schon mal sehr talentiert und ich habe gerade ein frame raten einbruch gott weiß warum ja da hinten jetzt zum block heute mal durch die man auf seinen knopf dort hinten hat sich doch irgendetwas geöffnet ja das weist darauf hin dass wir nicht miteinander mensch rüber hüpfen können so beim letzten mal hat mir zwei drei box genau entdeckt und was haben wir hier ein kuchenraum und eine pressure plate die keine ahnung stehe mal weg von deiner pressure plate ja dann renne über den gleichen weg ich habe gerade keine ahnung warte stehe noch mal auf die pressure plate drauf bitte meine ja deine ich habe hier eine pressure plate bekommen und weiss nicht warum ich habe gerade keine ahnung irgendetwas stimmt mit diesem raum wieder mal nicht glaube ich naja bei meinem ding ist ja da noch so ein bock davor ja eben ich muss irgendwie müssen wir diese platten da deaktivieren so stehe doch mal auf die pressure plate bitte ja kommen wir gleich ich habe gerade keine ahnung was hier schon wieder vor sich geht ja hier wunderbar ein mechanismus und hier hat das kuchen irgendwo unter dem kuchen wo verdächtig aussieht nein entweder verstehe ich habe ich gerade die raummechanik komplett und überhaupt nicht weil wenn du weg von der pressure plate geht das wieder zu bleib doch mal drin und ich mache zu vielleicht passiert dann was ja mach mal nein dann werde ich einfach nur zugemauert aber irgendeine pressure plate wurde weg geschoben wenn also ich hatte eine pressure plate ja die lag einfach da oder was ja die lag dann so da das wahrscheinlich da wo jetzt der block da ist da wäre ja meine pressure plate ja wäre die für dort ich bin mir gar nicht sicher irgendetwas stimmt hier mit diesem raum nicht so ganz würde ich jetzt mal blöd behaupten aber ist ja egal wir schaffen so so komm hüpfen mal rüber dann machen wir das rätsel als gelöst keine ahnung darf es gleich ich gehe jetzt mal davon aus dass wir es einfach nicht im griff haben dann ja ich glaube und ja ich bin mir ja eben so weil dieser lift funktioniert immer der geht sehr gut ja also dann machen wir wieder time night damit wir schlafen können ja ähm wir sollten über irgendetwas sprechen momentan wirkt das ganze geprabbel von uns lasch ja ziemlich ja also fang an also ähm dieser wolle block war grün was welcher oh nein nicht schon wieder das was ja ich habe einen fehler gemacht äh warum hat es lämpchen ups was war jetzt das ich habe einen glowstone kaputt gemacht ja ich dachte lass mich mal schnell das texture pack ändern ich habe schon wieder das falsche schon wieder ja ja es gibt ja sozusagen von vielleicht gibt es zwei versionen und bei der einen hat man eben diese komische wasser und dann sehe ich da überhaupt nichts also ich sehe nur dass es hier unten noch pressure plates hat vier stück ja jetzt können wir mal jetzt können wir mal blöd schauen wenn wir auf diese dinge auf dieser pressure plate stehen ob uns die türe geöffnet wird nichts geschieht ähm passiert etwas wenn du auf ja schau mal ich stehe jetzt gerade auf einer äh wohin waren doch hier noch äh lampen in der decke nö oder sind die die gleiche ah ja das war er mit der anderen decke ich weiß nicht vielleicht die glowstone platzierung hier hat es den hier und hier die zwei ich weiß nicht vielleicht ist das ein hinweis ich gehe mal in das becken und ich gehe in dieses becken das hier passiert etwas nein ins andere und das dort drüben nein in dieses andere das da oh oh ah hier aha beides gleich ich gehe davon aus wir müssen noch irgendwelche kombinationen erfüllen dass diese blöcke verschoben werden jawohl dann würde ich mal entweder drei glowstone da sind oder keiner ich würde sagen keiner oder nicht ich würde mal sagen machen wir mal die zwei geh du mal ins becken gegenüber ja genau jetzt haben wir hier einen roten block oh oh warte mal bleib du ah das sind die glowstones bleib du mal in diesem becken dann stehe ich mal hier hin nichts geschieht bleib du mal in deinem becken ich bleib mal noch weniger geschieht vielleicht wenn du noch mal in dieses becken rüber gehst ah haben wir es hier so und dort ist noch mal eine rote lande könnte sein dass wir diese hälfte hier erfüllt haben und keine ahnung stehe mal noch mal rein das hier wieder nein das andere das da ja jetzt ist hier gar nichts mehr ja dann gehen wir noch mal hier rein ich habe gerade jetzt ist hier alles voll und jetzt haben wir hier wer vier rund ja mal schauen vielleicht stimmt das so perfekt keine ahnung was die rätsel gehen immer mehr in die kategorie we have no idea what we are doing here genau irgendwie klappt es dann immer ja wie bei diesem einen rätsel mit dem block turm da ja also dort dort hatten wir noch weniger ahnung als jetzt bei diesem rätsel hier muss man oh 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 da fehlt ein block oder fällt man da runter keine ahnung ich glaube nicht dass man runter fällt da komm mal ja komm dort sieht man 20 will oh echt ich habe keine ahnung wie viele leere räume noch kommen auf 3 1 2 3 gut oh du hast nummern und ich habe soll ich mal hier auf diese pressure plate stehen die ich am anfang habe ja wirklich mal oh oh ich habe eine map ok was ist da drauf eine nette notiz kannst du mal wieder ich muss hoch ah ja ok 3 7 und 5 geh mal auf die 3 äh die ist vorne ok die 7 und die 5 was ist passiert warte mal ich habe hier eine holds pressure plate ah da kannst du die map drauflegen ja nein aber was passiert wenn ich die gedrückt höhere pistons aber ich sehe nichts ok hier unten hat es dann wieder 2 für ah Tür offen ah dann haben wir den guckt ja schon richtig eingegeben wunderbar perfekt gut retten gelöst das läuft gut das läuft gut ähm ja dann ist das ziel nicht so sehr optimistisch dass wir heute noch fertig werden in der aufnahme komm was soll das speichern wir mal einmal nicht oh mein Gott in wie vielen räumen konnten wir schon sterben oh 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 guck ray laden in wie vielen räumen konnten wir schon sterben jahr Wahrscheinlich ist das gleich einer, wo wir sterben können. Das wäre Pech. Eins, zwei, drei. Gut, ich habe Schilder. Warnung. Du kannst sterben. Überbenutze nicht die Griff. Das wird unmöglich. Also ich glaube die Schalter hier. Ja, ja, ja. Wir dürfen sie, glaube ich, nicht so oft hin und her schalten. Sonst ist das Rettel unmöglich. Sorry. Okay, gut. Hier, ich habe hier oben rote, also ich glaube leuchtende Redstone. Und jetzt muss ich dich anleiten, welche Blöcke du, welche Schalter du umlegen musst. Hier beim ersten, alle außer denen in der Mitte. Wow, Stille herrscht. Oh, es ist rot. Das heisst, es ist in Ordnung. Beim zweiten musst du rechts, die ganze Reihe rechts und die ganze Reihe unten. Also so ein umgekehrtes L. So einfach. Ja, perfekt. Und beim letzten machst du ein Schweizer Kreuz. Ah, okay. Und ein Plus. Perfekt. Und Musik. So. Oh, kommen wir jetzt wieder die denklastigeren Übungen. Oder was? Ja, das war jetzt einfach, oder? Ja, das vorhergehende war auch nichts. Oh, da ist schon offen. Warum? Weicheln wir lieber. Ja, keine Ahnung. Komm mir jetzt gerade komisch vor. Stellen wir trotzdem auf die Pressure Plates. Geht's dann wahrscheinlich zu? Nö, das sieht gar nichts. Okay. Aha. Hier kommen wir nur wieder rauf, glaube ich. Warte mal. Ah. Oh Gott. Man muss hier oben drüber. Ja, Sprungrätsel. Huh. Geht nicht. Ah, 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 ah. Also das Ecksprünge in Kombination mit Rennsprüngen und springende Sprünge. Äh. Jumping. Ja. Ah, Rätsel. Das geht nicht. Oh. Das geht nicht. Irgendwie so ganz knapp. Das klappt nicht. Das will nicht funktionieren. Die andere Seite ist recht nicht, oder? Ups. Nein, kaum. Ups. Gleich mit Anlauf. Jetzt kommt dann auch das Problem des Hungers. Also das heißt, wir sterben. Dann essen wir keins mehr gecheatet. Es gibt immer noch Kuchen. Ja, aber selten. Ja, aber das gab in den letzten drei Räumen wieder zweimal Kuchen. Ja, für dich nur. Beim, 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 beim ersten Mal kein Kuchen essen. Sehr wahrscheinlich gab es für, hätte es für beide gegeben, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Rätsel nicht mal so ganz funktioniert hat. Das muss klappen. Das muss klappen.